Jetzt klären wir uns dem Ende. Das ist mein Gruß an Günther und Helga. 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 Das ist mein Gruß an Günther. Das ist mein Gruß an Günther. Das ist mein Gruß an Günther. Das ist mein Gruß an Günther und Helga. Das ist mein Gruß an Günther. 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 All right, all right! Ich danke euch! Ich danke euch nochmals, dass ihr alle gekommen seid. Und ich wünsche den weiteren Verlauf. Good luck!